So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wo sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß jetzt gar nicht. Achso, ja. Ich habe mir nochmal schlau gemacht, wie das mit dem Klassenraum ist. Und wir brauchen tatsächlich für die unterschiedlichen Ausbildungen unterschiedliche Klassenräume. Was ist die... Wo haben wir denn das jetzt hier? Moment mal. Hier ein gestoß. Was denn? Ist alles grün. Äh... Ist das zu viel Arbeit? Wir machen mal hier. Zack. So. Alles klar. Ähm... Das wollte ich nochmal machen. Etapp 1, ja. Das wären ja jetzt... Pff... Was ist denn das hier? Tun wir mal stoppen hier, das Ding. So. Und dann... Wir machen mal... noch ein paar... Klassenräume. Ich würde mal behaupten noch zwei... Weitere dazu. Was haben wir denn eigentlich hier? Was kann man denn hier nochmal machen? Ähm... Das nehmen wir mit ein. Zack. So. Und... Äh... Hab ich mir gedacht, das bauen wir hier hin. Dann gucken wir grad mal, wie das... Wie wir das hier runter machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm... Machen wir das mal so. Und dann Eingang hin. Ne. Wir machen hier einen Eingang. Und dann Eingang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Das bauen wir aber erst mal. Zack. Hier noch erst mal. Sonst hauen die uns ja ab hier. Mal einen Zaun hin. Nehmen mal hier. Das ist da weg. Weg. So. Für was war denn das? Ach Gott, ich kann mich wieder an nichts erinnern. Das ist ja wieder... Okay, ist das nicht mehr. Hier kommen die Generatoren rein. Okay. Gib mal hier ein bisschen Gummi. So. Das gibt mal dann den Weg. Können wir das mitmachen eigentlich hier noch für die 5.000. Komm. Äh. Aha. Alles klar. Alles klar. Okay. Seid ihr so weit? Ja. Hämmer ein bisschen rum. Wie. Der ist jetzt erschöpft. Ist der Zaun jetzt fertig oder nicht? Dann. Und. Tun wir das mal abreißen. Der bleibt jetzt einfach da. Komm los. Aun. Puh. Drei oder zwei Wege. Äh. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir hier. Äh. Noch Elektrizier machen wir. Ne ne. Wir lassen das mal. So. Wartest mal Jungs. Welche Türen müssen wir denn da rein machen? Die normalen. Oder? Da müssen glaube ich die normalen Türen rein. Sonst kommt nämlich da der rein. Ich meine. Zack. Oh. Steinmauer. Jetzt können wir hier die Planung wegnehmen. Wenn man was sieht. Ja. Super. Ich hab gedacht die tun die einreißen. Und dann halt nicht. Dann machen wir weg. weg. Das war's ja wieder. Das war ja wieder super. Okay. Dann. Wand hin. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Wand hin. Und dann machen wir da einen Klassenraum raus. So. Räume. Wo sind sie denn? Klassenräume. Oh. Ist noch gar nicht fertig. Dann können wir aber schon mal sch... Strom. Das legen wir mal hier so. Sollte reichen. Das sollte reichen. Gut. Wir tun noch mal. Wieder keinen freien Polizisten. Ja komm. Zack. Das sollte reichen. Habe ich hier. Neuer Einsatz. Ach ne. Den wir noch nicht genau. So. Was macht er jetzt hier wieder? Ah. Alles klar. So. Äh. Gut auch wie ihr Lust und Laune habt. Hä. Mein Gott du. So. Strom haben wir. Äh. Klassenraum. Zack. Zack. So. Was brauchen wir? Schuldesk. Klar. Office Desk. Auch klar. So. Schuldesk war das hier. Ja. Nicht alles. Täuscht. Ja. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Geht das nicht auch so? So. Was haben wir gesagt? Schreibtisch. Ne. Oder? Kann der da oben stehen? Muss der da stehen? Ja. Kann man ja. Reformprogrammsession. Mhm. Alles klar. Stell die nochmal da rein, damit ich das sehe, ob das funktioniert. Okay. Passt. Macht ihr den bitte noch fertig da? Oh. Oh. Gut. Dann ist ja alles okay. Dann schauen wir jetzt mal nach. Ähm. Aha. Okay. Es ist gut, dass da kein Sau Interesse hat. Ja. Flup. Okay. Ähm. Was ist denn eigentlich? Ja. Was ist der schwarze? Ach so. Moment mal. Der hat, der will, aber der muss es schaffen, oder was? Was ist der graue? Okay. Alles klar. Ähm. Was brauchen wir hier eigentlich noch? Ähm. Gardener. Ja. Wir tun mal hier. Sag mal her. Äh. Forschung. Was haben wir denn da eigentlich noch? Ähm. Da. Das brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wie viel Kohle haben wir denn? 31.000. Ich will ja den anderen Trakt weiterbauen. Nein. Machen wir das mal so. Und äh. Brauchen wir das? Eigentlich, ne? Hier das. So. 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 Okay. Bin mal gespannt. Ich weiß nicht mehr für was das ist. Machen wir mal ein altes Video angucken. Okay. 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 Was äh. Hier will ich aber mal schauen. Mh. Wir müssen wir hier erstmal. Mal. Wie machen wir das am blödesten? Wir machen hier erstmal ne Wand zu. Das kann man später ja. Machen wir zu. Das ist. Okay. Zack. Tag. So. Okay. Das ist das. Was. Hab ich nicht gesagt, hier sollte eine Wand zu machen? Hm. Äh. Moment mal. Das war doch eben ein Gefangener oder? Der da lang gelaufen ist. Wie geht denn das? Bin jetzt ganz blöd. Du schaffst heute allein, weil die anderen wollen nicht oder wie? Okay. Wieso machen ich minus 1.000? Ey. Da müssen wir uns jetzt mal was einverlassen. Dann machen wir hier. Wie korrigieren wir die da rein jetzt am schnellsten? Also wieso mache ich minus 1.000? Ne, 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 ne. Komm. Da müssen wir hier mal. Warte mal. Ähm. Weg. Hau ab. Wieso? Wieso? Minus 1.000. Geh weg. Vor allen Dingen auf einen Schlag. Wegen den Lehrern, ne? Okay. 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 Hallo? Sag mal. Würdet ihr bitte, würdet ihr bitte die Wand da weiter bauen? Sag mal, was geht denn jetzt hier ab? So. Wie kriegen wir denn da im Gefängnisblock jetzt am blödesten da rein? Wir müssen erstmal hier die Wand bauen. Dann müssen wir das so machen. Und wir nehmen auf jeden Fall, stecken wir die Typen halt erstmal in die Übergangszelle. Damit mal Geld reinkommt. Wo rennen jetzt die dann? So. Das sieht so alles so ein bisschen. Eieiei. Machen wir das. Locked. 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 So. Dann machen wir nämlich mal hier. Machen wir mal die Zellen rein. Wie machen wir das mit den Duschen am blödesten? So. Ich zeige jetzt gar nicht. So. Open. Zack. Okay. Hier ist zu. Dann tun wir das hier einreißen. Zack. Und dann sehen wir nicht mal weiter. Okay. Ah, da sind Luxusdinger. Da oben ist ein bisschen mehr Platz drin. Wo stellen wir denn jetzt am blödesten die Duschen erstmal hinten? da hinten bleibt zu. Die machen wir einfach mal jetzt. Die tun wir mal. wieder. Ja. Zack. 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 Da unten hin. Machen wir hier. Daraus Zellen. Die sind so ein bisschen größer, aber das ist halt Luxus. Ja. Ja. Mh. Was brauchen wir? Ein Shithaus. Wie viel Geld haben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein Bettchen. So. Wenn die damit fertig sind, machen wir Tür hin. So. Jetzt machen wir hier noch. Abfluss. Und machen da noch ein bisschen. Quatsphäre gibt es nicht in der Dusche. Das hat sich selbst. Äh. So selbst regeln wir die Seife auf. Wenn nicht. Flup. Und Wasser. Wo haben wir denn hier Wasser? Ah je. Mh. So. Gehen wir jetzt noch runter. Es war jetzt ein selten blöder Weg, aber... Oh mein Gott. Zack. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Und. So. So. Haben die was zu tun? Warum stehen da eigentlich Autos rum? Ich glaube das Essen haben wir noch oft zu gut, ne? Ähm. Was jetzt eigentlich hier aus Hygiene ist? Was wollt ihr denn? Ne. Ist eigentlich in Ordnung. Jetzt wird grad geduscht. Was der. Das ist halt jetzt. Ich weiß auch nicht was ich da. Äh. Warum ich da so verpeilt war. Müssen wir mal ein bisschen. Umplanen. Oder ich mach das hier alles Dusche. Und kommt hier der nächste Zellenblock hin. Äh. Das könnte man natürlich auch machen. Äh. Wär jetzt nicht so schlecht. Wieso fährt er eigentlich nicht? So. Okay. Okay. Alles klar. Dann. Haben wir hier. Den Weg nach unten. Den Gruppenraum. Lassen wir. Machen wir da auf. Pfff. Hm. Können sie nämlich auch da rein. Er macht immer noch nichts hier. Komm. Zieh mal ab da. Tja. Hm. Okay. Weißt du. Sag mal. Was ist denn los hier? Du willst nicht oder was? Der Stein. Düst. Bush. tu sie. Invest.